. . Grüezi miteinander. Jetzt muss ich mal etwas vorlesen. Lieber René, ich finde deine Coop-Show mega lustig, aber du hörst Susanne nie beim Kochen. Ja. Hey, ciao René. Ah, hoi, Susanne. Kann ich dir etwas helfen? Vielleicht müssten wir noch zuerst sagen, was wir heute kochen. Ja, logisch. Und zwar gibt es heute Harttöpfel-Rüblin-Gnocchi mit Herbstli. Und das sind die Zutaten von heute. Ich musste schon ein bisschen vorsorgen, weil der Teig, der Gnocchi-Teig, dauert ein bisschen. Für das habe ich Harttöpfel und Rüblin weich gekocht, dann habe ich es durch das Passweig durchgelassen. Dann ein Gewürz mit Salz und Pfeffer und Muskat, ein Ei drin, und dann noch so viel Mehl, wie es braucht, bis es so einen schönen, kompackten Teig gibt. Dann Nussgewalt und beziehungsweise die Rollen machen. So, ich mache das noch fertig für dich. Dann kann ich dir etwas helfen, sonst musst du alles alleine machen. Aber weisst du, ich schneide. Okay, machen die Gnocchi. Dann schneide ich einfach so ein Stückchen schneiden. Und dann, über eine Gabelzinken ab, rollen sie so schön darüber ab. Und dann sieht man so die Struktur drauf. So schön. Kann ich dir etwas helfen? Es geht gut, danke schön. So. Und das mache ich natürlich mit dem ganzen Tag. Dann kommen dann die Gnocchi in Salzsauce rein, wo sie dann ein bisschen hochkommen und schwimmen. Beziehend. Und die Tasse da? Äh... Du, was ist ja... Komm, ich hilf dir. Weisst du, die Zalbei-Tasse. Was ist einfach mit dir? Das ist doch Garnitur. Das weiss ich noch vom letzten Mal. So, genau. Du, was ist mit dir, René? Gell? Warte, warte. Ich hilf dir, wie immer. Was soll mit mir sein? Super. Das stimmt. Das ist Garnitur. Die habe ich im heissen Öl in den Brot. Und die kommt dann am Schluss oben drauf. So. Ja, und jetzt geht es weiter. Ich tue gleich Speckwürfchen rein. Willst du das vielleicht? Äh, wir machen das gleich. Okay. Dann kommen die Zwiebeln rein. Ja. Jawohl. Und dann nehme ich gerade noch drüben. Ja. Mach ich gerade alles? Ja. So. Sonst kann ich mir noch etwas helfen. So. Mmh. Soll ich den Bouillon? Nein, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Aber der Äpfel? Nein. Wenn ich die Bouillon drin habe, kann man die Äpfel geben. Aha. Aha. Okay. Soll ich eine Ansage machen? Ja. Ich komme gerade drüben. Ich komme gerade drüben. Ich komme gerade drüben. In der Schweiz gibt es immer mehr kleine Haushalte. Und darum verkauft Goop die Hördöpfel in diesen einheitlichen 1,5 kg Säcken. Bekanntlich hat nicht jede Hördöpfelsorte die gleiche Kocheigenschaft. Und darum haben wir bei Goop verschiedenfarbige Verpackungen geschafft. In der grünen Tragtasche sind die fest kochenden Sorten für Salat, Salzherdöpfel, Geschwälte oder Suppe. In der blauen findet man die mehlig kochenden für Stock, Gratin oder Gnocchi. Und in den braunen Säcken hat es Herdöpfel für Spezialitäten wie Raclette, Bagged Potatoes und so weiter. In der roten Verpackung, die ist neu begob, sind Herdöpfel drin, die sich besonders eignen für einen Rösti oder für Pommes frites oder Bratherdöpfel. Also für einen Anwendungsbereich, in dem es hohe Temperaturen in der Zubereitung braucht. So, und da habe ich jetzt noch Bouillon zu diesem Gemüse gelernt. Und dann die Erfsi dazu. Und das Gemüse ist jetzt fertig. Jetzt kommen wir aber zur Sauce. Da habe ich Bouillon aufgekocht. Ja. Da habe ich ein hauptes Philadelphia drin. Ja. Salzen und Pfeffer. Salzen mache ich. Okay. Super. Pfeffer. Sehr gerne. Mach ich. Und dann brauchen wir noch ein grösches Albein drin. Albein. Mach ich. So. Wunderbar. Dankeschön. Die Sauce ist jetzt schön fertig. Die tun wir dann nachher über die Gnocchi. Ja. Hier nebenzu ist schon die Gnocchi soweit. Die kann ich jetzt gleich anrechnen. Wobei das sind natürlich nicht alle. Die restlichen Gnocchi und ich vorbeite, die sind schon im Backofen drin. Ja. Dann brauchst du die jetzt? Ja gerne. Dann kann ich die Cokoholen. Sehr gerne. Ich mag doch sehr gerne für dich. Die kann ich gerade rausnehmen. Die schwimmen wir jetzt schön an der Oberfläche oben. Am Anfang sitzen sie zuerst unten. Und dann, wenn sie gut sind, schwimmen sie oben auf. Dann sind sie gut. Danke vielmals. Und bei 60 Grad geht noch gut. Ja super. Ja ja. Bit top. So. Dann stellen wir das alles da rein. Gut abtropfen. Wow. So. Frau Herren. Gern. Wo sind wir? Ja gerne. Genau hier. So. Und jetzt müssen wir sie noch mischen, damit die Gnocchi nicht aneinander kleben. Ja. Dann können wir anrichten. Jetzt können wir anrichten. Aha. Ah. Ja ja. Du hast es gehabt. Ich helfe den, den ich habe. Immer. So. Prima. Gemüse. Gemüse. Uiuiuiuiuiui. Das ist unser Farbtopfer. Das Gemüse drauf. Da ist natürlich gerade noch etwas feine Vitamine dabei. Mhhh. Und? Und dann das Salbeinblatt. Genau. Wunderbar. Schön. Und das feine Rezept können Sie nachlesen. In der Grobzeitung oder im Internet. Ich habe jetzt auch schon so viel gearbeitet. Jetzt machen wir noch eine Pause. Dann mache ich die nächste Ansage. Mhm. Und zwar haben wir jetzt unsere Aktionen. Ja. Naturabif Rindfleisch ist 25% günstiger. Ein Kilo Tomaten ist 35% günstiger. Und Bündnerfleisch kostet statt 8,35 nur 6,35 Franken. Heute zählt doch einfach, was man zahlt. Du, was ist ja los mit dir heute, René? Warum? Du bist so hilfsbereit. Das bin ich doch immer, Susanne. Ja. Das hätte sicher mit dem Brief zu, den ich dir geschrieben habe. Welchen Brief? Der mit diesem Schmetterling. Den hast du geschrieben. S.W.SusanneWiki Bitte schauen wir an. Das gibt's ja nicht.